Danke, dass ihr online wart, alle gerade live, schön mit euch gechillt zu haben, es war ein bisschen konfus, aber es war lustig. Schönen Besuch bekommen, wir sind gleich ready, deswegen viel Spaß mit dem Video, alles self-made, alles echt, danke an jeden, der dabei war. So, hier könnt ihr abzweiten, da geht es direkt zum Song, da findet ihr ihn bei Amazon, iTunes und bei allen anderen Anbietern. Danke für jeden Support, ich bin überall dankbar, ich hoffe aber an erster Stelle, der gefällt euch, hier pumpt den und man nimmt was mit. Bis dahin. So, auch ohne die Playlisten, Alter, nochmal danke, es braucht eigentlich nämlich nur euch und dafür macht man es am Ende. Und deswegen gebe ich mir Mühe für die Videos und setze mich nicht einfach nur 0815 hin und bezahle an irgendjemanden, der mich da hochpusht. Musik ist dafür da, dass sie sich selbst entdeckt oder dass sie entdeckt wird von den Leuten und nicht, dass jemand bestimmt, wer sie entdeckt. Aber es ist unwichtig heute, es ist schön zu sehen, dass es euch gefällt und die Reise geht genauso weiter und das wird noch besser. Gehst du, guckst du live? Gehst du gucken? Was? Was? Wie geht's? Diese Premiere, Premiere. Äh, es ist genau das, was... Ich weiß, dass er mir die schlechten Fälle ist, aber die werden wir wieder. Wenn die Hand zu von von Acht und auf den Minja, sagt Minja. Wieso, du mit Jas? Wir gehen zusammen, ich hoffe euch geht's gut. Erstmal danke für das krasse Feedback. Ähm, wundert euch nicht über die YouTube-Zahlen. Wir denken, das liegt daran, dass sie jetzt für die Charts zählen und deswegen jetzt erst richtig ausgewertet werden und dann früher, früher schneller klettern. Ähm, außer eben ist es gut, da fliegen bei vielen anderen nämlich mal die Fake-Dinger raus. Ähm, ja. Ansonsten, danke euch für den Support. Kommentiert so oft es geht bei YouTube. Ähm, teilt das so oft es geht. Danke an jeden, der es geteilt hat, auch aus der Musik-Szene. Und ja, es wird Zeit, dass sich was ändert und es wäre schön, wenn wir wieder anfangen.